Es gibt alle deutschen Rennfahrer, die irgendwie versuchen, oder Motorsportler, Sponsoren zu finden, Partner zu finden, tun sich schwer. Und es gab andere Zeiten, da war das gang und gäbe und alle wollten den Motorsport und alle haben es auch gefeiert. Aber heutzutage kleben sich selbst bei einem Elektro-Formel-E-Rennen Leute auf die Straße. Grüß dich und herzlich willkommen im Sportsmanic-Podcast, Folge 439, heute mit Rennfahrerin Sophia Flörsch. Grüß dich, Sophia. Freut mich, dass ich dabei bin, danke. Sophia, du bist, seit du vier Jahre alt bist, im Motorsport aktiv, angefangen beim Kartsport. Mittlerweile fährst du heute in der FIA Formel 1, äh, der FIA Formel 3, freutliche Versprecher, da willst du eigentlich hin, für den Rennstall von Amosport Racing. Und das soll natürlich nicht dein Ende sein, denn wir werden heute im Podcast blicken, hinter das Business einer Rennfahrerin, was man da investieren muss, was man rausbekommt und vor allem dein großes Ziel, den Weg in die Formel 1. Passt das für dich? Ja, das passt für mich. Wunderbar. Ich bin ein bisschen eingestiegen in die Vorrecher gemeinsam mit meiner Kollegin Mayra, die auch einen kleinen Motorsport-Hintergrund hat. Und meine erste Frage an dich ist, sagt dir der Name Maria-Therese de Filippis was? Es sagt mir was, ja, natürlich. Sehr gut. Das war nämlich die erste Frau, die 1958 hinter Formel 1 gefahren ist, hat damals nur fünf Rennen gefahren. Lange ist es ja, viel zu lange. Ist sehr, sehr lange her und danach, muss man sagen, kam auch nicht viel hinterher. Es waren nur vier weitere Fahrerinnen, zuletzt 1992 und keiner hat mehr als 17 Rennen gefahren. Ich habe es ehrlich gesagt auf Wikipedia gelesen. Die Frage ist, wann lesen wir deinen Namen Sophia Flörsch? Also ich sage mal so, mein großes Ziel ist es, in die Formel 1 zu kommen, seitdem ich eigentlich mit dem Sport angefangen habe, im Alter von vier Jahren. Und ich meine, ich fahre jetzt Formel 3. Ich werde dieses Jahr wieder Formel 3 fahren, als letzte Saison und dann eben den Sprung in die Formel 2 machen, hoffentlich die nächsten zwei Jahre. Bedeutet, realistisch gesehen ist die Formel 1 alles ab, sage ich mal, 2027 möglich. Das ist so das Ziel. Klar gehört da sehr viel dazu, um es dann auch, sage ich mal, in die Königsklasse zu schaffen. Ich bin da guter Dinge und arbeite sehr hart dafür, um dann eben in ein paar Jahren Formel 1-Fahrerin zu sein. Wer deine Doku angeschaut hat, Race Girl heißt die, das Comeback der Sophia Flörsch auf RTL Plus zu sehen, können wir gerne mal verlinken in den Shownotes. Der wird auch mitbekommen haben, dass du auch mit namhaften, jetzt heutigen Formel 1-Fahrern schon in der Jugend Rennen gefahren bist. Ich glaube unter anderem auch Max Verstappen und auch den Mick Schumacher. Warum haben die es schon vorher geschafft, vor dir in die Formel 1 zu kommen? Das sind unterschiedliche Gründe. Also auf der einen Seite den Max kenne ich natürlich aus K-Zeiten, aber der ist einfach ein paar Jahre älter als ich. Ich glaube, der wird jetzt 27 oder 28 sogar schon. Also dementsprechend war der immer schon ein paar Schritte über mir oder vor mir dran. Auch der Mick ist genau das Gleiche, der ist auch zwei Jahre älter als ich. Aber da haben halt auch noch andere Faktoren mit dazu gespielt, dass einfach, sage ich mal, aus Sponsorensicht, Marketing-Sicht, Politik-Seite, sage ich mal, es alles ihm sehr viel mehr in die Karten gespielt hat, als es jetzt mir in die Karten gespielt hat. Noch dazu hatte ich 2018 einen Unfall, der mich sportlich gesehen ein Jahr zurückgeworfen hat und, sage ich mal, meine Karriere ein bisschen auf den Kopf gestellt hat. Und das sind einfach so ein paar Hürden, sage ich mal, mit denen ich zu kämpfen hatte in den letzten Jahren, immer noch habe. Und wo andere Fahrer es mit anderen Hintergründen, sage ich mal, so leichter hatten. Genau das Gleiche mit Lando Norris, mit dem bin ich auch gerade schon zusammengefahren, ist eigentlich so ein bisschen die gleiche Altersklasse. Aber da war, sage ich mal, von finanziellen Hintergründen her bei ihm nie ein Problem und nie ein Thema. Und dementsprechend konnte er immer durchmarschieren. Ich glaube, der Dad von Lando Norris ist auch, glaube ich, mehrfacher Milliardär. Der hat zumindest nicht das Problem, die Karriere seines Jungen da zu pushen. Bei dir sieht es ein bisschen anders aus. Du hast jetzt keinen Milliardär im Hintergrund mit deiner Familie, aber dein Dad war, glaube ich, schon von Anfang an dein Förderer. Wie hast du denn den ersten Touchpoint gehabt zum Thema Kartsport und Motorsport und warum hast du dich das erste Mal reingesetzt? Ja, also ich habe mit viel mit dem Kartfahren angefangen. Ich komme ja aus München. Hier gab es damals noch eine Kartbahn in der Nähe vom Flughafen draußen in Garching und bin da über meinen Dad ein bisschen reingerutscht. Der ist aber hobbymäßig gefahren und ich war ab und zu dabei und habe es dann auch irgendwann mal ausprobiert und hatte einfach, sage ich mal, Spaß dabei. Also für mich war das ein ganz normales Hobby, wie auch Tennis spielen und Turnen. Ich habe es genossen, hatte auch Freunde und habe meine Runden gedreht, sage ich mal so. Ja, ich glaube, unterm Strich braucht man immer Eltern, die einen unterstützen, egal ob es jetzt Mama oder Papa sind. Mein Dad hat es halt so, sage ich mal, mit mir angefangen damals und begleitet mich noch heute, 19 Jahre später, auf jedes einzelne Rennen und jeden Testtag. Ich glaube, wenn du mir mit 4, 5, 6, 7 gesagt hättest, dass ich irgendwann mal Formel 3 fahre, hätte ich es auch nicht geglaubt und auch, dass ich bei einem Formel 1 Team unter Vertrag bin. Ja, du sagst beim Formel 1 Team unter Vertrag. Du bist seit Anfang 2023 bei der Alpine Academy mit dabei. Vielleicht kannst du unsere Hörer als Motorsport-Lion vielleicht aufklären. Du bist in einer Academy von einem Formel 1 Team, aber fährst Formel 3. Wie passt das zusammen? Also ich wurde, wie du gesagt hast, Anfang letzten Jahres, Anfang 2023 von Alpine unter Vertrag genommen mit dem Ziel, es zusammen in die Formel 1 zu schaffen. Also es ist so, dass das im Nachwuchssport bei uns im Motorsport die Formel 1 Teams beziehungsweise Hersteller, die Nachwuchsteams haben, da sind dann, sage ich mal, Formel 4 Fahrer teilweise unter Vertrag, Formel 3 Fahrer, Formel 2 Fahrer, auf die das Team der Hersteller viel setzt, Geld investiert, viel Zeit investiert, viel Know-how investiert, um es dann eben, sage ich mal, in die Formel 1 zu schaffen. Klar, nicht jeder von diesen Fahrern in den Nachwuchsteams schafft es, aber das ist halt in deren Augen, das sind das die größten Hoffnungen der Zukunft. Und ja, ich bin extrem happy, seit einem Jahr jetzt bei Alpine unter Vertrag zu sein. Und wir haben da wirklich das klare Ziel, es in den nächsten Jahren zusammen zu schaffen. Die stehen auch komplett hinter mir und versuchen, soweit es geht, mir in der Ausbildung, sage ich mal, zu helfen und mich zu unterstützen. Und ja, mal schauen, was die Zukunft bringt. Wie fit seid ihr beim Thema Digitalisierung? Gemeinsam mit unserem Partner, dem IT-Dienstleister Adesso, schicken wir euch ins digitale Trainingslager. In der Podcast-Folge 438 haben wir ja schon mit Uwe Fischer von Adesso und Alexander Mühl von Borussia Dortmund über die gestiegenen Anforderungen bei der Digitalisierung einer Sportorganisation gesprochen. Und damit ihr den Anschluss nicht verpasst, hört jetzt genau zu. Im digitalen Trainingslager von Adesso erhaltet ihr tiefgehende Einblicke zur Relevanz einer Plattformstrategie in Sportorganisationen. Ihr könnt aktiv an der Diskussion teilnehmen, euer Wissen erweitern, Fragen stellen und von den Erfahrungen der Fachleute von Adesso profitieren. Und das Beste, unter allen Anmeldungen verlost Adesso ein Software-Audit im Wert von 5000 Euro für eine Sportorganisation. Also meldet euch jetzt an unter adesso.de slash sportsmaniac und seid mit dabei. Alle Infos und den Link gibt es wie immer nochmal in den Shownotes. Also ich spreche bewusst so an, dass diese Akademie ist eines Talent, das du mitbringen musst, das man ja bei dir auch früher erkannt hat und auch gefördert hat. Aber Talent reicht ja nicht alleine, um dann irgendwann mal bei den großen Serien mitzufahren. Ich sage jetzt bewusst mal wieder die Formel 1. Was braucht man denn neben dem Motorsport-Talent, um wirklich da oben anzukommen? Also im Grunde ist Talent natürlich das A und O. Ich glaube in jedem Sport, bei uns ist es auch unterm Strich Leistungssport. Auf der anderen Seite brauchst du extrem viel Budget in den Nachwuchsserien, muss man auch ehrlicherweise sagen. Du wirst nicht Formel 3 fahren, du wirst nicht Formel 4 fahren, du wirst nicht Formel 2 fahren, wenn du nicht aus eigener Tasche Geld hast oder eben über Sponsoren das Budget zusammenbekommst. Ist leider so bei uns im Sport, das ist immer das Allerwichtigste erstmal. Und sage ich mal, um es dann wirklich in die Formel 1 zu schaffen, müssen einfach viele Faktoren zusammenspielen. Also es sind halt nur 20 Plätze, die weltweit verfügbar sind in der Formel 1 und die werden nicht mal jedes Jahr durchgewechselt. Also jetzt von letztem Jahr auf diese Saison ist überhaupt kein Fahrer neu dazugekommen oder gegangen. Dementsprechend ist die Nachfrage sehr groß und dementsprechend gehört da auch sehr viel mehr als Talent dazu. Marketing, Politik, es muss einfach wirklich alles zusammenpassen, damit man dann eben auch in der Königsklasse fahren kann. Jetzt habe ich Anfang des Jahres eine interessante Doku geschaut über Michael Schumacher. Sehr, sehr interessant, wie dann erzählt wird, wie er angefangen hat beim Kartsport. Alte Reifen aus dem Mülleimer geholt und die nochmal gefahren von den Kollegen oder von den Wettbewerbern, um eben auch Geld zu sparen. Und auch ein Michael Schumacher hat damals, klar über die Familie eine Förderung gehabt, aber ein Kartsport ist nicht wie beim Fußball. Du kaufst ja einmal Fußballschuhe und kannst damit zwei Jahre kicken, sondern du hast ja Sprit, Reisen, Reifen, Verschleiß, Team, alles drum und dran. Wie hast du das denn anfangs für dich finanzieren können? Ja, also man muss dazu sagen, dass natürlich die Budgets und der Geldaufwand, der Zeitaufwand von Michael Schumacher-Zeiten zu heutzutage sich extrem verändert hat. Und ich meine, ich glaube, wir reden von der gleichen Dokumentation, die bei ARD in der Mediathek zu sehen ist. Und da ist auch ein Teil, wo eben gesagt wird, dass Schumacher beziehungsweise das Management damals 150.000 Euro gezahlt hat für sein erstes Formel-1-Rennen. Also diese 150.000 Euro zahlst du heutzutage für ein Formel-3-Rennen, nur damit man da mal so ein Gefühl für bekommt. Deswegen, die Preise sind natürlich extrem gestiegen und das nicht nur im Formelsport, sondern auch schon im Kartsport. Und ich hatte zum Glück immer tatsächlich mit meiner Eltern, meiner Familie, die mich unterstützt haben, soweit es ging. Und habe dann aber auch sehr früh schon dazugelernt, bei Firmen anzurufen, E-Mails zu schreiben und wirklich nach Sponsoring zu fragen und anzuklopfen. Und meine Eltern, mein Dad haben mir das auch echt früh beigebracht, damit ich einfach auch ein Gefühl dafür bekomme, mit welchen Summen ich da hantiere, was das überhaupt bedeutet, sage ich mal, 2.000 Euro zu bekommen und 5.000 Euro zu bekommen und wie schwer das eigentlich ist, das Geld erst mal, sage ich mal, zu verdienen. Ja, habe das sehr früh gelernt und das war auch nicht immer leicht, muss ich ehrlich sagen. Wir werden gleich noch über das Thema Finanzierung sprechen, auch über deine digitalen Kanäle, die ja nicht reichweiten schwach sind, sondern eher stark. Was dir sicherlich auch hilft, für Sponsoren attraktiver, neben dem Rennsport zu erscheinen oder warum die auch bei dir einbuchen, Sponsor werden und Co. Du hast in der Frankfurter Rundschau in einem Interview mal gesagt, 2021 war das erste Jahr, in dem ich kein privates Geld investieren musste. Warum musstest du es denn vorher machen und wie hast du dich denn, wenn man sich die Ausgaben mal gibt, zusammenfasst, wie hast du dich denn finanziert? Also ich habe mich sonst immer über Sponsoren und meine Eltern finanziert. Also ich brauche halt jeder Rennfahrer. Also das ist auch wirklich so, weil viele das immer nicht glauben. Jeder Rennfahrer im Nachwuchsbereich, egal ob Formel 3 oder Formel 2 zahlt, es gibt keinen Fahrer, der bezahlt wird oder mit einem Null da rausgeht. Also auch Mick Schumacher hat mehrere Millionen gezahlt in den Nachwuchsjahren. Das ist ganz normal und das ist ein Muss und das ist gang und gäbe so. Und ich habe mich auch immer über, sage ich mal, einen Teil, der von meiner Familie kommen konnte und dann der restliche Teil über Sponsoren. Ja, sage ich mal, haben sich die Budgets immer zusammengesetzt. Und 2021 hatte ich halt das Glück, sage ich mal, dass ich zwei Serien gefahren bin. Das war auf der einen Seite DTM, als ich Schäffler als Sponsor hatte, die mir das finanziert haben, sage ich mal so. Auf der anderen Seite hatte ich ein Langstreckenprogramm mit Richard Miel, wo Richard Miel der Hauptsponsor war. Und dementsprechend bin ich da, sage ich mal, ohne privates Geld oder meine Eltern ohne privates Geld reingegangen. So, das hat sich aber auch, sage ich mal, über die letzten Jahre wieder ein bisschen verändert, da ich wieder andere Rennserien fahre und wieder im Formelsport zurück bin. Habe aber auf der anderen Seite natürlich jetzt, sage ich mal, wie Alpinenhersteller hinter mir stehen, der sich den Kosten natürlich bewusst ist und auch eben da den größten Teil übernimmt und mir eben, sage ich mal, so viel Last wie möglich von den Schultern nimmt. Und deswegen kann ich auch wieder, sage ich mal, offen darüber sprechen, dass auch der nächste Schritt die Formel 2 ist und das auch relativ abgesichert ist alles im Moment. Kannst du für dich beziffern, wie viel Geld ihr, du, deine Familie und Co. jetzt schon investiert haben, bis zu dem Punkt, wo du heute stehst? Ja, ich kann jetzt einfach sagen, sage ich mal, generell über alles hinweg mit Sponsoren etc. waren es auf jeden Fall mehrere Millionen. Und man muss auch ehrlich sagen, von jetzt bis Formel 1 sind es auch noch knapp 8 Millionen, die notwendig sind über alle Partner etc. Einfach, um es dann eben dorthin zu schaffen. Aber das ist bei mir auch noch wirklich niedrig gehalten. Es gibt andere Fahrer, die sehr viel mehr zahlen. Und da, wo das auch gar kein Problem ist und auch, sage ich mal, die Ernsthaftigkeit von manchen Fahrern, das, glaube ich, da gar nicht so mal da ist und die gar nicht verstehen, mit was für Summen sie da hantieren. Ja, ich muss sagen, die Diskussion im Motorsport wird für dich als Rennfahrerin wahrscheinlich noch präsenter sein als für mich jetzt als Zuschauer, als Fan. Das Thema Paydriver. Also du bist vielleicht ein mediocre oder ein mittelguter Rennfahrer, vielleicht sogar ein schlechter oder Rennfahrerin, aber hast halt eben Familie oder Sponsoren, die extrem viel Geld mitbringen, um dann eben auch ein komplettes Team zu finanzieren. Wie stehst du denn zum Thema Paydriver? Ist das wichtig für den Rennsport allgemein oder wird es auch ohne gehen? Naja, also ich glaube, es gab schon immer in gewisser Weise Paydriver in der Formel 1. Also es geht ja um Paydriver in der Formel 1. Es gibt Fahrer, die jetzt wie zum Beispiel Max Verstappen, Alonso etc., die, sage ich mal, wirklich über Talent reingekommen sind. Sebastian Vettel, da gibt es ja ganz sehr viele, viele abzählen. Und die dann auch natürlich überzeugt haben und sehr viel Geld verdient haben. Und dann gibt es andere Fahrer, wie jetzt, sage ich mal, Stroll, Marzipien etc., die einfach aus sehr, sehr vermögendem Haus kommen, wo Eltern, Väter gleich gewisse Hersteller gekauft haben, Rennteams gekauft haben. Und die, sage ich mal, sehr viel Geld zahlen, um Formel 1 zu fahren. Und ich persönlich will natürlich dahin kommen, durch Talent und weil ich es kann und nicht, weil ich irgendwie Millionen mitbringe. Ich glaube, dass du solche Paydriver nicht wegbekommst. Ich glaube, die sind irgendwo auch, ja, nicht gut, aber irgendwo notwendig wahrscheinlich für den Sport auch. Und die werden auch immer weiterhin existieren. Klar, es bleibt der sportliche Aspekt da ein bisschen weiter hinten stehen. Die können aber trotzdem auch Auto fahren. Die sind trotzdem auch durch die gleiche Schule gegangen, wie wir auch alle. Sind auch alle Formel 3, Formel 2 gefahren. Aber ob sie es dann auch wirklich zu 100 Prozent verdient haben, da zu fahren, ist dann wieder die andere Sache. Ich muss mich übrigens korrigieren. Ich hatte vorhin nicht Landon Norris gemeint, mit dem milliardenschweren Vater, sondern Lance Stroll. Das tut mir leid, das muss ich nicht. Ja, aber Landon Norris ist jetzt auch nicht, ja, kommt jetzt auch nicht aus einem schlechten Haus. Ist wahrscheinlich, ja, das wissen eben viele nicht. Also Lance Stroll hat es halt, sage ich mal, sehr offensichtlich gemacht und hat, ja, da ist es einfach bewusst. Und dem ist es auch relativ egal, ob Leute das wissen. Bei Landon Norris ist es schon auch so, dass da sehr viel Geld geflossen ist und Teams aufgekauft wurden und einfach sehr viel investiert wurde, auf eine andere Art und Weise. Aber er hat das, sage ich mal, auch nicht so schwer. Ja, also nur noch mal kurz zusammenzufassen an dem Punkt. Du brauchst vor allem, um in die oberen Rennserien zu kommen, Talent. Du brauchst Geld. Natürlich brauchst du auch ein entsprechendes Training, damit du auch, nicht nur Talent gewinnt, ja, keine Rennen. Du brauchst auch regelmäßige Fahrten, Testfahrten, dass du auch dich beweisen kannst und empfehlen kannst. Und dann hast du ja eigentlich schon die perfekte Mixtur, um in die Formel 1 zu kommen. Was glaubst du, bei welchen von den drei Dingen musst du noch mal nachjustieren? Naja, also das ist immer, da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Also das ist jetzt wirklich sehr oberflächlich gesagt. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass um diese Ausbildung so gut es geht zu machen und um zu trainieren, Geld notwendig ist. Also so ein Testtag in der Formel 3 kostet 15.000 Euro, ein Testtag in der Formel 2 kostet 25.000 Euro. Also ja, das sind halt Summen, die hat man jetzt nicht gerade mal so auf dem Bankkonto liegen. Ich glaube, dass wir alle irgendwo Talent haben. Wir können alle Auto fahren, egal in welche Nachwuchsjahre du schaust, Formel 3, Formel 2. Wir sind alle extrem gute Rennfahrer. Klar, ist der eine ein bisschen besser als der andere. Aber unterm Strich ist das Geld und die Förderung vom Hersteller dann das Entscheidende, ob du es dann wirklich in die Formel 1 schaffst oder nicht. Und dementsprechend mal schauen, was die nächsten Jahre passiert. Solange ich meine Ziele, sage ich mal, erreiche, auch sportlich gesehen und mich auf meine Ausbildung konzentriere und wirklich harte Arbeite, bin ich dann auch guter Dinge, dass das klappt. Aber wie gesagt, die Politik und das Marketing ist auch noch ein sehr großer Teil bei unserem Sport. Dann lass uns gerne über Marketing sprechen und über Sponsoren. Ich glaube, die meisten werden sich noch zurückerinnern. Du bist zu der Zeit auch sicherlich in Motorsport eingestiegen. Die Erfolge von Michael Schumacher, gefolgt von Sebastian Vettel, haben sicherlich dazu beigetragen, dass es einen Motorsport-Boom in Deutschland gab. RTL hat davon ja nur profitiert, nur gelebt davon. Viele Sponsoren sind eingestiegen. Heute mit Blick auf die oberste Rennserie, auf die Formel 1, findet Motorsport gar nicht mehr so wirklich im Free-TV statt. Und das Rad hat sich ein bisschen gedreht. Wie blickst du denn auf das Thema Motorsport und Sportdeutschland? Ja, sehr schwieriges Thema, leider. Also ich meine, ich bin auch damals mit Michael Schumacher natürlich irgendwo noch aufgewachsen mit den Zeiten. Vor allem dann, als Sebastian Vettel seinen Vier-Weltmeister-Titel eingefahren hat, war ich immer vorm Fernseher gesessen. Und es gab eine Zeit, wo wir wirklich sieben deutsche Fahrer in der Formel 1 hatten. Und heutzutage ist es, sage ich mal, nur noch Nico Hülkenberg. Und der will jetzt auch nicht mehr zehn Jahre Formel 1 fahren. Dementsprechend, es hat sich extrem viel getan in Deutschland. Aber eigentlich im Negativen. Formel 1 wird nicht mehr im Free-TV übertragen. Das Automobil generell ist natürlich auch jetzt gerade nicht wirklich das perfekte Thema in Deutschland. Ja, junge Leute machen keinen Führerschein mehr heutzutage. Also ich glaube, das sind viele Themen, die damit einspielen, irgendwie so der Motorsport bzw. die Formel 1 in Deutschland nicht mehr das Interesse haben, wie es mal war. Was sehr traurig ist, weil auf der ganzen Welt sonst um uns herum hat die Formel 1 einen Boom wie noch nie. Und alle Rennen sind meistens ausverkauft. Es ist egal, auf welche Rennstrecke, auf welches Rennen wir gehen. Die Stimmung ist der Hammer. Und Motorsport Formel 1 wird gefeiert. Die Fahrer werden gefeiert. Aber in Deutschland bleibt das komplett aus. Wir haben auch keinen Compris mehr in Deutschland. Und eigentlich, dass in einem Land, wo wir wirklich Autohersteller haben, ein Automobilindustrie-Land, das wirklich jahrelang davon gelebt hat, ist super traurig. Und ich glaube, oder ich bin mir auch sicher, dass sich das jetzt auch so schnell nicht ändern wird. Wenn man jetzt in Kartsport schaut, kommen fast keine deutschen Fahrer mehr nach. Es gibt keine Förderungen. Es gibt ja wirklich auch keinen Verband, der das Ganze wirklich richtig fördert, so wie es andere Nationen heutzutage machen. Und dementsprechend extrem traurig. Und ist das für dich persönlich ein Vorteil oder ein Nachteil? Gerade auch im Grund zum Aufmerksamkeit und Sponsoren? Naja, also Vorteil definitiv nicht. Also ich brauche Partner, ich brauche Sponsoren, die mir den Sport ermöglichen. Natürlich habe ich jetzt durch Alpinen, ist das alles leichter. Dementsprechend ist mein Weg gesichert. Aber trotzdem die ganzen Jahre davor, ich will nicht wissen, wie viele Absagen ich bekommen habe. Die meinten, boah, Megastory, wir hätten voll Lust. Passt perfekt, super Match, aber geht nicht. Wegen Umwelt und CO2 und wir können jetzt nicht und passt nicht in unsere Firmen, Ding, wie auch immer. Also ich hatte es extrem schwer, dementsprechend. Und ich bin da, glaube ich, auch nicht die Einzige. Ich glaube, es gibt alle deutschen Rennfahrer, die irgendwie versuchen, oder Modersportler, Sponsoren zu finden, Partner zu finden, tun sich schwer. Und es gab andere Zeiten, da war das Gang und Gebe und alle wollten den Motorsport und alle haben es auch gefeiert. Aber heutzutage kleben sich selbst bei einem Elektro-Formel-E-Rennen Leute auf die Straße. Wir hatten Maxi Günther hier im Podcast vor drei Jahren, glaube ich, gerade so die zweite Saison von der Formel E war es. Damals war es, glaube ich, ein richtiger Hype und zahlreiche Sponsoren sind in die Formel E eingestiegen. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass es jetzt abgesunken ist, aber zumindest mal abgeflacht, der Hype um die Formel E. Die Formel 1 plant ja selber auch, nachhaltiger zu werden durch Antriebsstränge und Antriebe, die vor allem dann auch artifiziell sind und eben nicht mehr auf Rohöl und so weiter basieren. Da gibt es ja Ansätze und so weiter. Was ich mich nur gerade frage, ich kriege es ja mit von vielen von unseren Hörern und Hörern, Unternehmen, die Sponsoring betreiben. Das eine ist ja jetzt Nachhaltigkeit und Kurs ein Riesenthema, aber auch das Thema Diversität. Frauen im Sport, Frauen in Führungspositionen und sowas ist bei gefühlt jedem zweiten oder nicht sogar bei jedem Unternehmen auf der Agenda. Ich frage mich gerade, wenn ich jetzt ein großer Sponsor wäre, für mich wäre das noch eine überragende Geschichte. Ich wäre der Sponsor von Sophia Flörsch, führe dich idealerweise durch mein Budget in die Formel 1 und habe dann durch die Aufmerksamkeit nach 1992 die erste Frau in der Formel 1 wiederum einen nationalen, internationalen Aufmerksamkeitsboost für meine Marke. Ich vermute mal, diese Geschichte erzählst du auch. Was kriegst du da für Feedback von den Sponsoren? Ja, also ich meine, unterm Strich ist jeder immer begeistert. Ich glaube, dass die Story natürlich auch einzigartig ist. Ich meine, wenn ich es in die Formel 1 schaffe oder generell, wenn es eine Frau in die Formel 1 schafft, ist es wirklich Sportgeschichte. Es wurde eigentlich alles im Sport generell, also nicht nur auf Motorsport, sondern im Sport generell schon geschrieben. Alle Geschichten wurden irgendwie mal erzählt, aber wenn eine Frau in der Formel 1 Erfolg hat, das gab es einfach noch nie. Dementsprechend ist da jeder wirklich schon begeistert, aber man muss ja auch fairerweise sagen, dass wir da nicht über 2.000 Euro reden, wir reden nicht über 5.000 Euro, wir reden auch nicht über 10.000 Euro. Man redet ja über wirklich größere Budgets und auch mein Ziel ist es halt immer langfristige Kooperationen und Partnerschaften zu haben, damit man eben auch gemeinsam diese Geschichte erzählen kann. Und das sind halt dann eher die Schwierigkeiten. Mit welchen Partnern arbeitest du aktuell zusammen? Also natürlich ist Alpin der größte Partner, was jetzt angeht seit einem Jahr. Ich habe die DVG für mich gewinnen können, die ja, sage ich mal, jahrelang... Großer Schummi-Sponsor, ne? Genau, Michael Schumacher unterstützt haben oder eigentlich von Anfang an dabei waren und dann auch bei Mick weitergemacht haben und dementsprechend ja auch sehr großes Muttersportinteresse haben. Ich habe Samsung als Partner jetzt schon im vierten Jahr, die Bank 11, Atlas. Also ich kann da jetzt ein paar aufzählen. Ich bin da auch extrem happy. Wie gesagt, bei mir ist halt immer das Ziel, einen langfristigen Partner zu haben, um zusammen zu gewinnen und zu verlieren und durch dick und dünn zu gehen. Und ich bin sehr happy, wie ich im Moment aufgestellt bin mit verschiedenen Firmen. Ich wollte aber perfekt abbiegen, jetzt auch auf das Thema Selbstvermarktung und Co. Ich muss ja sagen, wenn man deine Kanäle folgt und die mal wirklich anschaut, dann muss man sagen, dass das Thema Selbstvermarktung bei dir fast schon an der Perfektion ist. Ich habe mich sogar kurz gefragt, bist du eher eine Content-Creatorin über deine digitalen Kanäle oder bist du Rennfahrerin? Diese Frage habe ich Rick Zabel auch gestellt. Er hat gesagt, er muss Contigrator sein, um Rennfahrer zu sein, also Radsportler. Ist das bei dir das Gleiche? Ja, also es war immer so. Jetzt durch Alpine hat sich alles ein bisschen verändert, weil wie gesagt, ich nicht mehr so sehr darauf angewiesen bin. Aber ich glaube, dass es heutzutage einfach dazu gehört. Also ich sage immer, ich bin Rennfahrerin. Das ist einfach mein Job, mein Hauptberuf, mein Leben, meine Leidenschaft. Aber Social Media gehört heutzutage dazu. Und ich habe eigentlich damals angefangen, weil ich eigentlich nur Fans mitnehmen wollte und weil es mir Spaß gemacht hat. Und mir macht es auch heute noch Spaß. Ich glaube, dass Fans extrem wichtig sind und man den Leuten auch was zurückgeben sollte. Und ich bin da sehr happy, so eine coole und nette Community zu haben. Aber ich glaube, für jeden Sportler beziehungsweise für jede Person im öffentlichen Leben ist sowas heutzutage wichtig, weil du einfach nochmal deine eigenen Werte vermitteln kannst. sag ich mal, dich nochmal so darstellen kannst, wie du wirklich gesehen werden willst und was dir einfach wichtig ist. Und das mache ich. Und am Rennwochenende habe ich dafür überhaupt keinen Kopf und überhaupt keine Zeit. Da habe ich dann jemanden dabei, der das alles übernimmt. Aber ansonsten ist das auch Part von meinem Job heutzutage. Und das ist wichtig. Ich meine, Samsung zum Beispiel ist nur eine Kooperation über Social Media. Aber trotzdem ist es ein größeres Budget. Und trotzdem ist es, ich meine, Samsung ist ein Weltkonzern. Von daher kann man sich, glaube ich, heutzutage auch darüber definieren. Zum Beispiel YouTube habe ich wirklich damals angefangen, weil ich Fans nur zeigen wollte, wie ich hinter den Kulissen, wie das Rennwochenende abläuft und wo wir schlafen und wie es im LKW aussieht und sonstiges. Weil da kommt die TV-Kamera halt nicht hin. Ja, dass es halt dann auch so gut ankommt, freut einen natürlich. Ja, und das ist ja auch eine gute Basis dafür, für zukünftige Produkte, wie zum Beispiel eine Doku. Da hat man sicherlich auch viel Material zurückgreifen können, was ihr schon früh gedreht habt mit der Familie gemeinsam. Du hast gerade gemeint, du wirst begleitet bei so einem Rennwochenende, wenn du ein Vlog machst von Macau, zum Beispiel zuletzt einer der YouTube-Videos. Wie sieht denn dein Team hinter dem Team aus, wenn du dich aufs Rennen fahren und fokussierst? Wer macht denn da was im Hintergrund? Unterschiedlich, aber ich meine, ich habe natürlich Management beziehungsweise Agenturen, die, sage ich mal, auf Sponsoren-Suche gehen, die ganzen Sponsoren-Sachen machen, Kooperationssachen machen. Ich habe meine Family, ich habe meinen Dad, der mir zusammen mit eben Content-Creator, Jan beziehungsweise Thomas, Social Media abnimmt und, sage ich mal, der Content-Creator schneidet die Sachen, macht natürlich, produziert die Sachen, schneidet sie und lädt sie dann teilweise hoch. Ich habe auf der sportlichen Seite natürlich Trainer, einmal bei mir zu Hause hier, von Alpin, die alles überwachen und Trainingspläne schreiben und mit mir zusammen versuchen, das Maximale rauszuholen. Ich habe Physio, also es ist unserem Strich wie in jeder anderen Sportart auch, dass du, glaube ich, einfach dein Team über die Jahre hinweg aufbaust und einfach Leute hast, die dir wichtig sind und die versuchen, dich so weit es geht zu bringen. Und wie gesagt, mit Alpin gibt es dann natürlich dann noch verschiedene Ingenieure, Trainer, Coaches, die einfach jahrelange Erfahrung haben in dem Sport und versuchen, ihr Know-how, so gut es geht, zu transportieren und dich in deiner Ausbildung zu unterstützen. Bekommst du da vom Rennstall oder von Alpin Support, was deine Social-Media-Kanäle angeht, also Stichwort Content angeliefert oder zum Beispiel auch Schulungen, wie man etwas vielleicht besser darstellen kann in Social Media? Könnten wir nutzen, könnte ich nutzen, aber ich glaube auch, dass Alpin weiß, dass da, sage ich mal, andere Fahrer noch mehr Bedarf haben. Also ich glaube, ich habe... Ihr andersrum, dann hast du berätst. Das jetzt auch nicht, aber ich meine, mein Instagram-Kanal ist extrem stark. Ich bin mit Abstand die Größte im Formel-3, Formel-2-Fahrerlager. Ja, dementsprechend wurde ich da auch noch nie irgendwie drum gebeten oder angesprochen. Ich glaube, da gibt es andere Fahrer, die da noch mehr Bedarf haben und auch noch wahrscheinlich teilweise jünger sind und das Ganze noch nicht so wertschätzen und sehen, was man daraus machen kann. Also ich kann auf jeden Fall jedem empfehlen, der gerade den Podcast hört, geh mal auf Instagram. Du hast, glaube ich, knapp über 800.000 Follower. Das wird sicherlich nochmal steigen. Hoffentlich knackst du demnächst die Millionen. Aber gerade so, um zu sehen, wie du A, dich als Marke, dich als Rennsportlerin inszenierst, wobei inszenieren, das ist dann so vielleicht einen negativen Touch. Das ist ja nur das Natürliche, das zeigt dich ja auch vielleicht ein Punkt zum Thema Instagram und Co. Beziehungsweise ein Thema, was mir noch aufgefallen ist in der Vorrecherche. Ich habe einen Blick auf deine Homepage geworfen und war ein bisschen überrascht, weil ich natürlich gucken wollte, wie ist deine Vita, wo bist du gefahren, dass ich mich da ein bisschen einlesen kann. Aber zu deiner Person und zum Sport habe ich da nichts gefunden, sondern nur Links zu Videocontent und Commerce-Themen links zu deinem Shop. Warum dieser Fokus auf der Homepage? Also ich meine, ich hatte, ich war, glaube ich, mit einer der ersten Kartsportlerinnen, die eine eigene Homepage hatten und wir haben das auch jahrelang gepflegt, beziehungsweise meinem Papa eher, weil ich war da noch zu jung und konnte das auch überhaupt nicht. Aber wir haben das jahrelang wirklich gemacht. Wir hatten da auch Newsletter und was weiß ich, aber das ist so viel Zeitaufwand und das alles immer up to date zu halten, musst du theoretisch wöchentlich irgendwie anpassen und dafür haben wir einfach im Moment nicht die Zeit. Ich glaube auch, dass Webseiten, beziehungsweise ja eine Website generell sich ein bisschen verändert hat. Dementsprechend haben wir einfach gesagt, dass wir das nicht brauchen. Ich glaube, man findet genug über mich im Internet und nicht nur durch Interviews, sondern eben auch durch Social Media und verschiedene andere Seiten. So und dementsprechend haben wir einfach gesagt, dass wir da den Fokus weglegen und uns nicht mehr ganz so viel Arbeit machen und wir einfach auch ein bisschen den Fokus auf den Shop legen und auf, sage ich mal, heutzutage eben Videos damit, damit Fans sich da schneller angesprochen fühlen und nicht erstmal durch meine Vita und mein Leben klicken müssen, was sie wahrscheinlich dann eh wissen. Gleich geht's weiter mit dem Podcast. Vorher habe ich noch eine Info von unserem Werbepartner der Uni Münster. Wenn ihr eure guten Vorsätze realisieren wollt und eure Karriere im Sportbusiness starten oder boosten möchtet, dann hört jetzt genau zu. Die Uni Münster bietet allen Nachwuchsführungskräften mit Bezug zur Sportbranche drei berufsbegleitende Weiterbildungsangebote im Sportmanagement. Ihr könnt zum einen ein MBA-Studium machen, zum anderen in einem Zertifikatsprogramm eigene Schwerpunkte setzen oder last but not least einzelne Expert Days zu Inhalten des Sportmanagements besuchen. Das Besondere, alle drei Angebote schließen mit vollwertigen Universitätszeugnissen an einer der renommiertesten Hochschulen Deutschlands ab. Heißt für euch, Top-Professorinnen und Professoren und ausgesuchte Praktikerinnen und Praktiker lehren in Kleingruppen, die viel Austausch und Netzwerken ermöglichen. Weiter Highlights sind Veranstaltungen im Signal Iduna Park, Vorträge von TEDx-Speakern und Größen des Sportbusiness und sogar ein eigener Sportkurs in einem Club durch Partner wie zum Beispiel Borussia Dortmund oder die Strong Partners. Also wartet nicht lange und bewerbt euch jetzt für die berufsbegleitenden Weiterbildungen im Sportmanagement an der Uni Münster. Und jetzt kommt's, Wer sich bis zum 28. April 2024 anmeldet, bekommt einen Einführungsrabatt von 1400 Euro und wer bei der Anmeldung den Code SPORTSMANIAC alles kleingeschrieben und zusammen angibt, der bekommt nochmal 5% obendrauf. Also wenn das nichts ist, um die guten Vorsätze zu realisieren, den Link zum Studiengang und zum Angebot von der Uni Münster findet ihr nochmal in den Shownotes. Wie alle erinnern uns noch an diese eine Person aus dem Freundeskreis, die immer mit der Michael-Schumacher-Kappe rumgelaufen ist. Merchandising war immer schon im Motorsport ein Riesenthema. Wenn man jetzt in Sandford bei der Formel 1 guckt, ist alles orange und in Max Verstappen Outfits gekleidet. Welche Rolle spielt in Merchandising jetzt bei dir auch hinsichtlich der Einnahmenseite? Eine ganz kleine Rolle. also das ist wirklich, hält sich alles noch sehr an Grenzen und ist auch alles okay so. Also ich habe das ich glaube auch 2021 gestartet, weil ich eigentlich, weil die Anfrage da war, die Nachfrage war da von manchen Fans und ich da einfach so eine kleine Linie rausbringen wollte und mir macht das auch einfach extrem Spaß. Ich liebe Fashion generell, auch im Privaten und habe mich da einfach ja dann auch sehr schnell reingefunden und dementsprechend haben wir da so ein paar Sachen rausgebracht und ja, aber da liegt überhaupt kein Fokus drin. Das rechnet sich auch in dem Sinne überhaupt nicht, aber es ist glaube ich einfach, nice to have heutzutage, die Fans freut es und so viel Arbeit ist es dann auch nicht, wenn man einmal im Jahr was rausbringt, dass man es nicht machen kann. Von daher, irgendwann wird es definitiv intensiviert, aber dafür ist es im Moment, bin ich dafür, sage ich mal, noch zu klein beziehungsweise eben noch erst in der Formel 3. Wir bleiben nochmal kurz beim digitalen Auftritt. Wenn du jetzt andere Sportler, Sportlerinnen anschaust, die sich digital darstellen, inszenieren, gibt es denn da irgendjemand, wo du sagst, an den orientiere ich mich, der macht das gut, der bringt die Brand nach vorne, da kann ich mich daran orientieren? Unterschiedlich, also ich glaube, es gibt unterschiedliche Sportler, Sportlerinnen, die das gut oder vielleicht nicht so gut machen. Also ich war immer ein Riesenfan von Linzei Won, einfach weil ich sie einfach eine extrem coole Sportlerin fand, auch ihre Trainingsvideos, die sie immer hochgeladen hat, sehr motivierend fand und einfach, ja, doch ein kleines Biest ist die Frau oder war. Deswegen fand ich sie immer echt cool, genauso wie ich Michaela Schiffin extrem spannend finde, aber ansonsten, ich glaube, jeder hat da sein eigenes Ding, es gibt kein richtig oder falsch, aber jeder sollte einfach für sich selber wissen, was man eben zeigen will, wie viel man zeigen will und wo man den Fokus legt. Und mein Fokus ist definitiv auch in der Off-Season anderer wie during der Season, auch auf Social Media und das wissen auch die Fans und wenn ich mich mal drei Tage, vier Tage nicht melde, ist das auch voll fein, weil wie gesagt, ich bin Sportlerin, ich bin Rennfahrerin und will da performen und der Rest kommt dann sowieso. Wir werden es gucken, dass hoffentlich einer, der zuhört, sich morgen bei dir und bei deinem Dad meldet und sagt, ich finanziere dir das Ganze ein bisschen, die Formel 1, also bitte gerne melden, Kontakt stelle ich gerne her. Das Zweite ist, wenn es mit dem Rennfahren doch nicht irgendwie klappen sollte, ich hoffe es und ich drücke dir die Daumen dafür, dann hast du zumindest mal ein zweites, drittes Standbein mit dem Thema Social Media Reichweite, da auch Content, den du selber kreierst, vielleicht sogar Trainingsvideos und die Zukunft ist auf jeden Fall rosig für dich. Auch Forbes 30 under 30 bist du geworden, damit kann man auch hausieren gehen, wenn man da in so eine Liste aufgenommen wird, herzlichen Glückwunsch dazu. Mit Blick auf die Saison, ich will bei der Kurzfristigkeit bleiben, was hast du dir für Ziele gesetzt für dieses Jahr? Naja, also es wird mein drittes Jahr in der Formel 3 sein mit von Amersford. Wir sind letztes Jahr beim World Cup in Makao Elfter geworden und da wollen wir irgendwie anknüpfen. Also mein Ziel ist es schon einfach konstant dieses Jahr Punkte zu sammeln, in den Top 10 mitzufahren und eben hoffentlich auch das ein oder andere Podium einzufahren. Das sind die Ziele und eben auch einfach nochmal mehr dazu zu lernen und dann eben für die Formel 2 ready zu sein. Wir werden versuchen, so wie es aussieht, schon während der Saison dann anfangen, testen zu gehen, die Vorbereitung zu starten für 2025. Aber das sind erstmal die Ziele, das Team happy machen, Alpine happy machen und dann schauen, wie es weitergeht. Wir hatten eingangs von der ersten Frau in der Formel 1 gesprochen, Maria-Theresa Philippes. Für wen willst du denn mal die Maria-Theresa Philippes sein, hoffst du? Und arbeitest du darauf hin, dass der Motorsport-Nachwuchs zu dir aufschaut irgendwann? Klar, also ich glaube, es wäre gelogen, wenn ich mir nicht als Ziel gesetzt habe, einfach mehr junge Mädels anzusprechen und irgendwie für den Sport zu begeistern. Also ich hoffe, dass ich irgendwann alt und verschrumpelt bin und Fernsehen schaue und dann eben in der Formel 1 oder wie auch immer dann die Königsklasse Motorsport heißt und was es dann auch immer ist, dass da eben mehr Frauen mitfahren als heutzutage und eben hoffentlich nicht nur eine. Und wenn ich dann einen kleinen Teil dazu beigetragen habe, dann freut es mich. Ich meine, auch heutzutage, ich habe eine, wie gesagt, sehr große Fanbase und da sind auch viele Mädels dabei, viele junge Frauen. Es war extrem zu sehen, als ich DTM gefahren bin, zu 21, wie viele weibliche Fans wirklich auf mich zugekommen sind und mich umarmt haben und was weiß ich, das freut mich sehr. Ich sage immer, ich will überhaupt nicht als Vorbild oder sowas gesehen werden, sondern eigentlich immer so eher als große Schwester, die zeigt, was man noch so aus seinem Leben machen kann. Und wenn ich, wie gesagt, da einen kleinen Teil dazu beitragen kann, dann freut mich das. Und ich hoffe eben auch, dass das einfach nicht nur in Deutschland, sondern generell mehr Eltern auch mal eben den Töchtern die Chance geben, sich in den Kart zu setzen und den Sport auszuprobieren. Wenn es einem nicht gefällt, ist ja alles gut, muss es ja auch gar nicht, aber wenigstens die Chance zu geben, wäre schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Sehr gut. Vielen Dank für deine Zeit, Sophia. Abschließend vielleicht noch die Frage in unsere Hörerschaft. Was liegt dir noch auf dem Herzen in Richtung den Leuten, die im Sportbusiness arbeiten, im Hintergrund vielleicht daran arbeiten, bei Sponsoren, bei Sportorganisationen in Bezug auf die Zukunft des Motorsports in Deutschland? Naja, ich hoffe einfach, dass der Sport generell wieder so viel Aufmerksamkeit bekommt oder ansatzweise so viel Aufmerksamkeit bekommt, wie er mal hatte. Die Formel 1, wie gesagt, hat einen riesen Boom und den sollten auch wir hier in Deutschland hoffentlich bald erfahren. Ich meine, Audi wird in die Formel 1 einsteigen. Ich hoffe, dass somit eben auch wieder ein Deutschland Grand Prix stattfinden wird. Das wäre auf jeden Fall ein großer Wunsch und großer Schritt in die richtige Richtung für uns alle. Aber dazu braucht es eben auch wieder deutsche Firmen, die an Nachwuchs glauben, an uns Rennfahrer glauben und den Sport interessant finden. Weil, wie gesagt, ich kann immer jedem empfehlen, nur mal zum Formel 1 Rennen heutzutage zu gehen und dann sieht man, was da los ist und was da abgeht und wie die Stimmung ist. Das ist nämlich wirklich sehr atemberaubend und sehr emotional. Ich hoffe, dass du dein nächstes Formel 1 Rennen aus dem Cockpit verfolgen wirst. Wir werden deinen Weg weiter begleiten. Bedanke mich vielmals bei dir für deine Zeit und deinem Dad für den Connect. Jetzt viel Spaß im Trainingslager, beim Auspumpen, Auspowern und dann eine erfolgreiche und vor allem eine gesunde Saison. Vielen lieben Dank. Vielen Dank, Sophia Flörsch. Und zum Ende der Folge nochmal der Hinweis auf das digitale Trainingslager unseres Partners Adesso. Habt ihr euch schon angemeldet? Falls nicht, macht das direkt adesso.de slash sportsmaniac und seid mit dabei der Link und die Infos findet ihr nochmal in den Shownotes. Der Sportsmaniac Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.